Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Mit Anna-Karina und Leila. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Mein Name ist Leila und ich bin hier mit Anna-Karina. Hallo. Hallo zusammen. Ja, jetzt sind wir schon in der achten Folge. Der Sommer steht vor der Tür. Anna-Karina hat Sommerpläne. Ich habe mir auch was ganz Besonderes überlegt. Ich werde mir fünf Wochen Reha gönnen. Ich habe viele Jahre drauf gewartet. Endlich. Ja, endlich. Ich bin aufgeregt, vorfreudig, mache mir natürlich auch ein paar Gedanken. Aber vor allen Dingen möchte ich die Chance auch nutzen und, wenn ich in der Reha bin, immer berichten und euch mitnehmen und ein bisschen davon erzählen. Hier im Podcast und auf Instagram. Im Moment, mehr schaffe ich gerade nicht, aber die beiden Sachen. Anna-Karina, komm, erzähl. Was sind deine Sommerpläne? Ja, ich hatte große Sommerpläne. Ich wollte, es gibt die Facebook-Gruppe Urlaub gegen Hand und da gab es ein ganz tolles Angebot, wo eine Frau Unterstützung bei ihren Pferden gesucht hat. Und ich liebe Pferde und ich merke, für meinen Heilungsweg wäre es wesentlich, einfach nochmal Kontakt zu haben. Und ich hatte ihr dann geschrieben und sie war auch angetan von mir, von dem, was ich geschrieben hat und wir wollten dann miteinander telefonieren. Und dann habe ich halt nochmal so meinen ersten Impuls, so mit dem, was ich mir so jetzt für den Sommer wünsche, ja, Single, ich kann hier meine Koffer packen, meinen Rucksack und auf Reisen gehen. Und dann habe ich nochmal so gefühlt, okay, Carina, was ist gerade? Und allein der Gedanke, diesen Riesenakt mit Flugzeug dahin und ich weiß auch gar nicht, wie ich körperlich in der Lage sein werde, da sie zu unterstützen mit Stall etc. Und dann habe ich so nochmal gedacht, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass da ein Gap ist zwischen dem, was ich will und was ich gerade kann. Und schaue, dass ich es mir hier schön mache, ja, meinen Balkon schön mit Blumen mache oder halt hier mal so kleinere Ausflüge und nochmal gucke, okay, was kann ich in meinem Raum mit meiner zur Verfügung stehenden Energie auch Schönes mir selbst gönnen. Geht es beim Urlaub machen darum, dem Alltag zu entfliehen und was Neues vielleicht auch zu erleben oder geht es darum, um Erholung? Was ist der Part, wo du sagst, das fällt dir gerade schwer, dass du das nicht erleben kannst? Da ist schon so eine Komponente, wo ich gerne mal hier aus meinen vier Wänden raus wollen würde. Einfach mal so eine neue Umgebung, neue Impulse, warmes Wetter, trocken, ja, das merke ich, tut meiner Lunge einfach sehr gut. Und auch wieder mehr in die Natur, also ich wohne halt hier mehr in der Stadt und ich merke, die Stadtluft, die macht einen Unterschied zur Landluft, ja. Ja, also einen Kontext mir zu suchen, wo auch die Natur meinen Heilungsprozess mit unterstützt. Also sowohl Entspannung, aber auch zu gucken, okay, wie kann ich mich nochmal mehr verbinden, auch mit der Natur. Würde das auch ohne Flug gehen? Das bin ich jetzt am überlegen, wie ich das hier in Deutschland gestalten kann. Es gibt ja jetzt das 9-Euro-Ticket oder so, da habe ich es auch schon gedacht, ja. Ich sehe alle Long-Covid-Patienten und Betroffene mit einem 9-Euro-Ticket quer durch Deutschland fahren und alle im Schlafwagen. Genau, nee, Spaß beiseite. Also ja, ich bin jetzt einfach so am gucken, auch was jetzt noch so vielleicht das Leben zu mir spricht und was auf einmal auftaucht, woran ich jetzt noch gar nicht die Möglichkeit dran denke, dass es vielleicht irgendwas entsteht. Also wieder so mehr in die Entspannung zu gehen, loszulassen und einfach nicht wieder so viel von mir zu wollen. Manchmal, ich kenne das nämlich von mir, je mehr ich Veränderung und Aktion und Unterhaltung in meinem Umfeld und im Außen suche, desto mehr versuche ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zurückschaue, etwas nicht zu fühlen oder mich abzulenken oder vielleicht auch nicht hinzuschauen, wirklich mit aller Ehrlichkeit hinzuschauen, was gerade ist. Ich kenne das von mir, ich bin ja viel und oft in meinem Leben umgezogen und nicht nur umgezogen, sondern ich bin ja auch mehrmals ausgewandert und natürlich waren das alles gute Entscheidungen, es waren überlegte Entscheidungen, aber wenn ich ganz genau hinschaue, hat auch immer ein Teil von, ich möchte etwas im Außen verändern, weil ich mit etwas, was in mir gerade ist oder was ich gerade spüre, mit dem ich gerade nicht konform gehen kann. Und das ist etwas, was ich für mich festgestellt habe, je mehr es mich nach außen dringt. Und ich meine jetzt nicht, dass ich mich freue, weil ein Festival ist und ich gehe auf das Festival, sondern in dem Moment, wo gar kein Festival ansteht, aber ich sitze bei mir zu Hause oder ich liege zu Hause und habe so das große Verlangen, dass etwas um mich herum passieren muss, dann weiß ich mittlerweile, sollte ich vielleicht mal hinschauen, wovon möchte ich mich eigentlich gerade lieber ablenken. Das sind immer so diese beiden Sachen und das merke ich auch. Und natürlich jetzt, je schöner das Wetter wird und je näher vielleicht auch die Sommerferien kommen und auch der Sommerurlaub für alle anderen, desto mehr kommt ja das ganze Umfeld in Bewegung und je mehr Pläne kommen auf und von Grillfest über mal eine Fahrradtour, also es kommen immer mehr Einladungen und mit den gehäuften Einladungen kommt natürlich immer wieder diese Konfrontation mit sich selbst, aber auch mit dem Umfeld zu sagen, ich kann nicht daran teilnehmen. Und das ist natürlich immer wieder eine Verletzung in dem Moment, die man sich selbst und gefühlt natürlich auch seinem Umfeld zufügt. Und für mich ist jedes Mal, in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, da ist etwas, wo ich gerne daran teilnehmen möchte und ich kann es nicht, ist das jedes Mal schwierig für mich. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Sommer ein bisschen gehäufter jetzt tatsächlich auftritt, finde ich. Ja, und damit immer wieder so im Frieden zu sein, auch am Wochenende. Da war ich mehr in die Anstrengung gegangen und war danach nochmal mehr erschöpft und nochmal durch so eine Tiefe zu gehen. Aber das Schöne ist, finde ich jetzt an diesem Prozess, den ich ja schon über ein Jahr jetzt auch mache, da ist jetzt schon so ein Vertrauen, okay, das ist jetzt der eine Tag und das sieht darauf schon wieder anders aus. Ja, also schon so ein Vertrauen darin, okay, ich gebe mich jetzt einfach so in diese Situation hinein, ich fühle das und ich vertraue darauf, dass es mir morgen nochmal besser geht. Und mir wird auch nochmal so bewusst, wenn es jetzt nochmal, sag ich mal, mehr in die Tiefe hineingeht, dass für mich auch da nochmal so eine gewisse Art von Selbstwirksamkeit wichtig ist. Und das können auch ganz kleine Dinge sein, wo ich mir dann überlege, okay, da sind jetzt nicht so die Riesenschritte für mich möglich, aber was kann ich dann jetzt tun, ob das ist, ich räume kurz die Küche auf, ja, oder was auch immer da so ansteht und ich aber mich noch in der Lage fühle, das zu tun und dann aber auch nicht in so einem Selbstoptimierungswahn zu verfallen, dass ich jetzt unbedingt eine Lösung brauche und dass es jetzt unbedingt anders sein muss, sondern ich fühle das. Also das ist für mich immer so der Schritt, wenn ich das hinkriege und mich da rein hinein entspannen kann, dann fühlt sich das gar nicht mehr so anstrengend an auch. Geht mir ähnlich. Dadurch, dass ich jetzt natürlich über die, es sind jetzt fast zwei Jahre, ich habe fast Jubiläum, Long-Covid-Jubiläum, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe an wirklich schwierigen Tagen, weiß ich, das ist temporär. Das bedeutet nicht, dass das jetzt vorbeigeht und nicht wiederkommt, aber es dauert nicht lang. Ein bisschen Geduld. Ich habe mittlerweile meine Werkzeuge, auf die ich irgendwie zugreifen kann, diesen Tag durchhalten, vielleicht auch noch den nächsten Tag überstehen. Aber es wird irgendwie langsam wieder besser gehen. Und was ich gemerkt habe auch, also uns hatte Markus auf Instagram angeschrieben und hat eben gesagt, dass er eigentlich ihn interessieren würde, wie wir eigentlich so vielleicht auch mit unserem Umfeld umgehen oder auch so mit Veranstaltungen, die anstehen, die wirklich so vielleicht wichtig, wirklich wichtige, einmalige Veranstaltungen, so wie eine Hochzeit oder eine Taufe oder ein Geburtstag sind. Und habe ich lange für mich hin und her bewegt, irgendwie so den Gedanken tatsächlich. Und das allererste, was ich gedacht hatte, das erste Gefühl des Aufgekommens, wie schön, wenn man so ein schönes Umfeld hat und eingeladen wird. Und also erstmal ist es doch wundervoll. Es gibt viele Menschen, die in dieser Situation gerade viel Einsamkeit erfahren und sich auch vielleicht Freunde und Umfeld zurückgezogen haben oder Einladungen auch gar nicht mehr ausgesprochen werden. Also ist es doch erst einmal unglaublich schön und mit Freude verbunden, in dieser Situation zu sein. Und jetzt ist die Frage, warum fällt einem das so schwer abzusagen? Und bei mir war es lange so, dass ich gedacht habe, ich müsste mich rechtfertigen, ich müsste das den Freunden erklären und vor allen Dingen möchte ich, dass die zu 100 Prozent verstehen, wie es mir gerade geht. Und sobald da irgendwie eine Äußerung war, dass ich das Gefühl hatte, nee, es ist aber viel schlimmer, als du das gerade annimmst und ich immer wieder in dieses Erklären kommen wollte und dieses Verständnis haben wollte, hat dazu geführt, dass ich irgendwann den Kontakt reduziert habe zu diesen Menschen. Dabei weiß ich doch überhaupt gar nicht, was die wirklich gesagt haben oder gedacht haben oder inwiefern sie wirklich tief verstanden haben, wie es mir geht. Und vielleicht ist das auch ihre Art gewesen, mich aufzubauen oder Anteil zu nehmen. Also da ist wirklich für mich mein Ansatz immer zu gucken, habe ich eigentlich das Problem oder hat es wirklich mein Umfeld. Da kann ich auch gerne gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber bevor ich jetzt hier so einen Monolog starte, Anna-Karina, wie gehst du mit deinem Umfeld um oder auch mit so Einladungen? Also das, was du jetzt gerade so von Markus erzählt hast, kam mir als erstes, dass es total menschlich ist, das so zu fühlen. Ja, auf der einen Seite, okay, da bekomme ich jetzt eine Einladung und da ist ja bestimmt auch eine Sehnsucht da, hey, ich würde wirklich gerne daran teilnehmen, aber ich kann es in dem Augenblick nicht. Und dann natürlich auch mit seinem sozialen Umfeld ihm zuzumuten, dass sie Verständnis haben für einen, für die eigene Situation. Es ist ja immer auch die Frage, hat das Umfeld wirklich kein Verständnis? Oder denken wir das nur? Also wir haben ja jeder unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Verarbeitungsmethoden und Filter der Realität. Und ich meine, wenn wir jetzt den großen Koffer Kommunikation aufmachen, dann wird der Podcast sieben Wochen lang am Stück. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, weil das, was jemand sagt, ist nur ein Bruchteil von dem, was er in dem Moment denkt, fühlt, was er vielleicht auch Verarbeitungsprozesse dahinter hat. Und dann kommt das nochmal bei mir an und läuft durch meine Filter. Und was mir jetzt noch gerade kommt als Beispiel, wir hatten jetzt meiner Mama im Juni ein Wochenende mit uns Töchtern geschenkt, zum Geburtstag. Das haben wir schon vor einem halben Jahr geschenkt. Und ich habe gemerkt, in der Form, wie wir das vorhaben, das schaffe ich nicht. Und dann war das für mich halt wirklich so, ich habe alles möglich überlegt, bin dann aber in die Kommunikation gegangen und habe das offengelegt. Und dann fand ich es so spannend, dass wir auf einmal auf neue Ideen und Lösungen gekommen sind. Also dadurch, dass ich dann den Kontakt gesucht habe, haben wir jetzt, glaube ich, so eine sehr entspannte Lösung für alle entdeckt. Und im Grunde geht es ja gar nicht um dieses Event, sondern dass wir als Familie Zeit miteinander verbringen. Und das wurde mir nochmal so bewusst. Und vielleicht auch, wenn man jetzt da eingeladen ist zur Taufe oder wie auch immer, dass man halt vielleicht an dem Fest nicht teilnehmen kann, es sich aber vielleicht eine Möglichkeit ergibt, dann mit einer 1 zu 1 Begegnung oder zu dritt mal sich kurz zusammenzufinden und dann in irgendeiner Form daran teilzunehmen. Für mich ist auch etwas, was ich jetzt von vielen Long-Covid-Betroffenen immer wieder gehört habe, dass wirklich so ein Unverständnis ist im Umfeld. Und dann habe ich für mich gedacht, ich war auch in der Situation, selbstverständlich. Und dann gibt es ja immer ganz viele verschiedene Ansätze und Fragen, die man sich stellen kann und Möglichkeiten, die man in dieser Situation hat. Und zum Beispiel ist mir eingefallen, nehmen wir mal das Beispiel von Markus, er ist eingeladen und sagt ab und das Umfeld hat kein Verständnis dafür. Und rein theoretisch, je nachdem, wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich setze mir als Ziel, mit einer ganz klaren Absicht, Menschen zu erklären und aufzuklären, wie es eigentlich ist, mit einer in Anführungszeichen unsichtbaren Krankheit zu leben. Wir mit Long-Covid, wir sind bei weitem nicht die Ersten. Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch mit anderen organischen Erkrankungen, die nicht sichtbar sind, kämpfen oder leben mit diesem Problem schon so lange. Und dann einfach zu sagen, ich mache es zu meiner Aufgabe, wirklich den Menschen, die keine Berührungspunkte haben und die kein Verständnis haben, immer wieder mit Geduld und immer wieder vielleicht auch auf verschiedensten Arten und Weisen und Wegen meine Situation zu erklären, um mehr Verständnis in die Welt zu tragen. Also auch das wäre ja ein möglicher Umgang, der uns in unsere Selbstwirksamkeit bringen kann und für uns etwas Gutes tut, aber auch für alle anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Eine Komponente, die ich noch wichtig finde bei diesem ganzen Prozess, ist für mich mittlerweile Humor. Ja, das heißt, wenn ich jetzt da nochmal so eine Phase habe, wo es mir vielleicht schlechter geht und nochmal so abtaure in meine Tiefen und es macht alles keinen Sinn, mein Leben so alles so in Fragestelle und dieses Vertrauen habe, das sieht morgen schon wieder anders aus. Ich habe das erfahren, ich weiß das und dann hatte ich einen Tag später mit meiner Freundin gesprochen und ich habe halt da auch so Witze drüber gemacht. Ich so, das hätte gestern gar nichts gebracht, wenn du mir die Schröpfgläser gesetzt hättest. Ich war in meinem Depri-Phase sowas von gefangen und wir haben gelacht, weil ich das auch so lustig rübergebracht habe und da wurde mir nochmal so bewusst, wie wichtig es ist da, ja auch über sich selbst humorvoll zu reden, über die Situation und dann geht das Ganze auch viel leichter. Es erinnert mich an eine Situation, das war ganz interessant und zwar ein relativ guter Freund von mir. Ich wusste, dass er zu Besuch kommen wird. Also ich bin ja wie gesagt gerade bei meiner Mutter am Meer und er ist aus Berlin zu Besuch gekommen und er ist nur vier Tage geblieben. Das heißt, für mich war die Situation schon auch mit Druck und Stress verbunden, weil ich dachte, was ist, wenn ich in diesen vier Tagen, wenn es mir da gar nicht gut geht und das war noch relativ am Anfang, wo es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging. Ich habe mich also intensiv ausgeruht, ich habe mich quasi vorbereitet und ich habe dann geschafft, mich mit ihm zu treffen. Und als wir dann so spazieren gegangen sind, ganz langsam und uns unterhalten haben und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt kann ich nicht mehr und dann haben wir uns hingesetzt und haben was getrunken und dann hat er gesagt, ja, es hat gefehlt, dass ich komme, wie du siehst, wenn ich da bin, geht es dir sofort besser. Und wum, ist alles in mir hochgefahren und dann dachte ich, was bildest du dir eigentlich ein? Und ich habe mich verletzt gefühlt, ich habe mich traurig gefühlt, ich habe mich unverstanden gefühlt, ich fand das übergriffig, ich empfand das als unverschämt. Und dann habe ich aber auf Humor zurückgegriffen und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast recht, vielleicht sollte ich dich in allen Long-Covid-Gruppen einfach mal rumreichen, dass jeder mal einen Tag mit dir verbringen kann, weil du scheinst die Lösung auf Long-Covid zu sein. Und in dem Moment war es witzig für mich, ich glaube, ich habe meinen Standpunkt gut klar gemacht, aber ohne ihn irgendwie anzugehen. Und ja, Humor ist absolut der beste Weg für einen selbst, auch mit der Situation umzugehen. Da hast du recht, Anna-Carina. Und zu Humor gehört, das habe ich in dem Moment verstanden, Distanz. In dem Moment, wo ich nicht emotional auf das reagiere, sondern ich gehe einen Schritt zurück und gucke mal, was ist hier eigentlich gerade die Situation? Ich sitze mit jemandem im Café, der keine Ahnung hat, wie es mir geht und er behauptet, er wäre die Lösung auf mein Problem. Okay, gut. Und mit dieser Distanz und mit dieser Beobachtung konnte ich natürlich gut in den Humor gehen. Und als Einladung für diese Woche eine Frage. Wie humorvoll geht ihr eigentlich mit Long Covid um? Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. und bis jetzt eine wunderschöne Zeit ist, es gibt 무� presumzliche Zeit